Hallo, mein Name ist Lukas Brehm von der japanischen Trendverkehrszentrale. Ich möchte euch einladen zur dritten Ausgabe von Discover Japan hier auf mysportstream.tv am 11. September um 14 Uhr. Wir haben ein paar Updates für euch für Reisen nach Japan, einen Ausblick auf die Weltausstellung 2025 in Osaka und ein paar Location-Trips für eure nächste Japan-Reise. Wir sehen uns hier auf diesem Kanal am 11. September um 14 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Bis dann! Bis dann!